Hallo, guten Tag. Du kommst aus Holländen und Pimpel 40, noch eine junge Frau, ne? Noch eine junge Frau, ja. Das war lange nicht gesehen. Wie lange her? Wir haben uns jetzt länger nicht gesehen, ein paar Jahre. Ja, ne, die Behandlung. Ach, diese Behandlung, das ist jetzt sieben Jahre her. Sieben Jahre? Sieben Jahre. Warum hast du mir gekommen? Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich hier am Fußgelenk extrem Schmerzen hatte. Ja, und? Hier oben am Knie. Ja, Knie. Und genauso an der Hüfte. Schiffgelenke. Komplett. Das ist die ganze linke Seite. Und ich habe Einlagen getragen für fast 20 Jahre. Ja. Und, ähm, ja, Sie haben das dann über ein Jahr behandelt. Anfangs wöchentlich, dann alle zwei Wochen am Ende monatlich. Ja. Und seitdem bin ich schmerzfrei. Ich laufe natürlich immer nur mit meinen Nike Free Schuhen. Fahrfuß. Ja. Ohne Einlagen. Ohne Einlagen. Ich habe nichts mehr. Ich habe auch alle Schuhe weggeschmissen. Das war vor? Das war 2010. 2010 bis 2011 war ich bei Ihnen im Wachen. Ein Jahr mehr. Ein Jahr mehr. Ja. Aber, äh, damals wollte ich operieren, ne? Ja, ja, klar. Was wollte ich operieren? Man wollte am Knöchel was machen, mein Knie sowieso, Hüfte auch. Jetzt ist gar nichts. Alles weg. Das Glück gehabt, ne? Ja, Glück, dass ich zu Ihnen gekommen bin. Ja, ohne Operation geschafft. Ja, ja, absolut. Für viele Leute Jahre Behandlung. Aber Schmerzen waren schnell weg, ne? Oder am Tag? Ähm, das Problem war das Laufen. Ich habe ja eine komplette Disbilanz gehabt. Ja. Aber die Schmerzen sind komplett weggegangen. Alle. Weggegangen, genau. Habe ich nicht mehr. Anfang war Kurzabstand, nachher Monate einmal. Genau. Ungefähr, ne? Genau. Aber komplett weg. Komplett weg. Jetzt bin ich ja noch nie wiedergekommen. Nein, das ist komplett weg. Heute, du bist wegen einer anderen Ortschaften. Eine ganz andere Geschichte, genau. Ja, das stimmt. Ich gehe zu keinem Orthopäden mehr. Ja. Und damals war Operation diese Sachen? Bei der Fuß oder nur eine? Nur, nur links. Alles unten links. Rechts war. Da wollte der, der Knochenoperation. Ja, genau. Und hier? Ah, hier. Doch, doch, hier. Hier wollte man auch. Man wollte hier was an Nerven durchtrennen, weil ich hier immer Schmerzen hatte. Und der Zieh war immer so. Ja. Siehst du? Bei der Fuß, die Operation Tommel gehabt? Alles, alles. Wo kann ich raus? Das weiß ich nicht. Ich war beim Orthopäden und dann bin ich nicht mehr in der Nähe. Bei uns in der Nähe, in einer holländischen Grenze. Ja? Der Deutsche Krankenhaus? Ja. Ja. Und der Deutsche Krankenhaus zu urteilen, der wollte operieren. Ja. Und? Schuh und Gelenke. Und Knie und Hüfte. Und so ist gar nichts. Das ist dein Glück gehabt. Ja. Wer damals operiert, das Leben ist vorbei. Oder? Ist so. Leben ja vorbei, ja. Und? Kein Sport. Ja, sieben Jahre, nie wieder gekommen. Keine Schmerzen mehr. Ja. Bei Ursache geändert. Ja. Ja, man muss den Körper als Ganzes betrachten. Das muss man aber auch. Richtig. Das tut aber, sorry, kein Orthopäde. Ja. Und es fängt bei den Füßen an und dann geht es hoch. So ist das. Das muss man lernen. Aber vielen Dank, dass du es geschafft hast. Und unsere Therapie einmal geht. Und du kommst nie wieder. Ich danke Ihnen. Ja, ich danke deine Geduld. Ja. Klar. Siehst du? Segen Sie mal. Die Therapie. So Jahre gedauert. Aber das ganze Leben kommt nie wieder Operation. Das Beste, was man machen kann. Wenn das operiert hätte, Knie, Hüfte, Hüfte, Gelenke, die Leben ist vorbei. Damals noch jung. Jetzt, ja. Würde ich dann stoppen. Danach, wenn ich 40 Jahre alt war, ne? Ne, da war ich noch keine 40 Jahre alt. Ja. Damals so viele Leute operiert, das Leben vorbei. Ja. Die Methode war toll, ne? Die ist toll. Keine Medizin, keine Spritzen. Keine Spritzen, keine Tabletten, gar nichts. Die natürlich Ursache geändert. Genau. So, vielen Dank.